Moin Leute! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GDA5 Online. Erst geht natürlich weiter, mit dem Casino-Highs zusammen mit Zommel Modano. Ciao, let's play! Ja, moin! Ja, moin, Leute! Wir werden uns heute einer ganz besonderen Aufgabe widmen, und zwar Fluchtautfits. Geh ich aufs Klo? Okay. Echt? Bis gleich. Bis gleich. Wir schnappen uns nämlich die Feuerwehrausrüstung. Endlich werden wir zu waschechten Feuerwehrmännern. Als Feuerwehrleute verkleidet, aus dem Casino zu marschieren, ist eine solide Taktik. Okay. Vorausgesetzt bis dahin ist alles nach Plan verlaufen. Egal. Es gab einen Alarm. Okay, ja, ja. Kinder haben Brandstifter gespielt. Das ist ja alles gut, Lester. So, jetzt sag mir einfach, wo ich... Das ist alles gut. Wo ich... Hier, begib dich... Ah ja, in die Wüste. Ja, alles klar. In die Wüste. Oh, Mann. Ich hab einen neuen Wagen für dich. Guck mal. Der ist super schnell. Nee, ich nehm... Ich nehm den Oppressor. Damit sollte ich eigentlich am schnellsten sein. Okay, tschüss. Okay, ab alle in die Grand-Serrano-Serrano-Schinken-Wüste. Let's go. Sieben Kilometer. Aber das schaffen wir mit dem Oppressor. Ich hab die nicht. Ich hab die nicht. Ich wurde weggeboxt. Ja, moin. Ich wurde weggeboxt. Ja, von dem blöden Hacker. Nein. Lasst uns in Ruhe, bitte. Alter, hier rüber zu kommen. Oh, oh. Nein, Pidizzle. Nein. Nein. Okay. Gerade noch so gerettet, Pidizzle. Da war ich kurz ein bisschen traurig. Ach, du bist so ein... Und Start. Dass ich das überlebt hab. Ich hab keine Flügel. Ich... Jetzt hab ich... Oh, mit dem Oppressor. Ja, ich hatte grad... Ich hatte die Flügels nicht ausgefahren. Ach so. Aber... Was ist das denn hier rum? Die Flügels. Die Wiederbauarbeiter. Die kenn ich doch noch aus der letzten Folge. So. Jetzt fliegen. Da ist doch schon viel besser. Glaubt ihr, dass Zombie gerade groß ist? Ich denke schon, ja. Ich glaube, er hat klein gemacht. Er hat klein gemacht. Und jetzt ist er grad wieder Platz hier in 100 Pro. Oder er ist auf Kloge... Kennt ihr das? Ihr geht auf Toilette. Denkt eigentlich, oh, es wird eher ein kurzes Geschäft. Und plötzlich vergehen anderthalb Stunden. Nein, das kenn ich nicht. Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber du hast nur mal davon gehört. Ich hab mal gehört, dass Leute viel Zeit auf Toilette verbringen. Ja, aber das tut doch weh auch nach einer Weile, oder? Nein, was soll denn da wehtun? Weiß ich nicht. Dann schläft irgendwie dein Bein ein. Erst wenn es Blut kommt, wird es richtig gut. Du hast halt irgendwie leichte Stellen dann auf den Oberschenkeln, weil du ja die ganze Zeit irgendwie am Laptop saßt. Wenn du einen Film geguckt hast. Da hat man halt so ein paar Stellen vom Kochen, aber ansonsten... Vielleicht gibt es da echt so Leute, die freuen sich immer aufs Klo gehen, weil sie dann all ihre Freizeitaktivitäten nebenbei machen. Also, ja, ich lese schon ganz gerne auf Toilette. Der beste Moment im Jahr. Problematisch ist es natürlich, ich hatte mal eine Zeit. Also, es klingelt bei mir ja sehr oft an der Tür. Ja. Und es gab eine sehr große Überlappung. Oh, stiehl den Feuerwehrwagen. Okay, kein Problem. Sehr große Überlappung an... Ich sitze... Nein! Och, Leute! Wartet doch bitte einfach mal kurz. Also, du bist gar nicht da. Nein! Ich bin jetzt da. So. Okay, stiehl den Feuerwehrwagen. Ja, hier steht einer direkt jetzt neben mir. Okay, sehr gut. Der liegt. Oh, der andere auch. Okay, alle rein. Wer bist du denn? Ach, das ist mal da, du hast du, sorry. Hallo? Also, ich dachte, du wirst einer von der Polizei. Ah, ist okay. Nein. Ich hole dich ab, Maudato. Ich hole dich ab. Ja, ist alles gut. Ach, Feuerwehrausrüstung? Nee, aber ich bin jetzt noch nicht so ein Feuerwehrführer. Maudato, komm rein. Darf ich rein? Ja, ja, kommt alle rein. Das ist sehr nett. Sollen wir, du auch? Ja, klar. Sehr gut. Hallo? Kannst du die wegschließen, Manu? Nee, warte, ja, doch können nicht. Ja, wir müssen gucken, dass wir hier irgendwie in der Mugabe-Wüste kommen. Weil ich hoffe mal, wir brauchen ja nur die Ausrüstung. Ich weiß nicht, ob wir den Wagen tatsächlich benötigen. Das können wir komfortabel fliegen. Wer steuert den Wasserwerfer? Der Fahrer. Der Fahrer. Achso. Okay. Wir brauchen auch einen Helikopter, die sind wir hier weg. Ja, das ist gut. Ich versuche jetzt hier einfach mal rechts zu entkommen. Ja, der Helikopter ist echt das Einzige, was jetzt... Ja, ich habe den Fahrer. Ich habe den Fahrer. Okay, sehr gut. Ich habe noch jemanden, aber das war nicht der Fahrer. Okay, hier oben könnten wir chillen. Ja, aber der Hildi lebt noch. Das legt aber gerade weg. Ja, perfekt. Der hat keinen Bock mehr auf uns. Ups. Warten wir kurz. Kannst du ausmachen? Was? Einmal E drücken. Sind sie jetzt aus? Nee. Dann kann ich es nicht. Du musst nur wupen. Nur einmal E drücken. Nee, bei E passiert bei mir nichts. Sag mal, können wir jetzt mal den da oben? Ja, endlich. Ah, da seid ihr. Okay, guck mal. Zombie. Hä? Hast du das ausgemacht? Ja. Oh, oh. Ja, perfekt. Achso, wir müssen tatsächlich den bis nach Hause fahren. Ja, dann kommen wir immer wieder neue. Wieso habe ich denn jetzt plötzlich wieder schön die Cops ab? Ja, okay, warte. Wir ballern die jetzt da oben weg. Ups. So, ich glaube, wir haben den Fahrer. Ja. Denkst du? Ja. So, und da ist noch einer. So, jetzt. Oh Gott. Können wir jetzt bitte? Da kommt der Nächste. Ach, komm. Wie sollen wir die denn dann los werden, wenn wir ein 20... Ja, wir müssen fahren. Wir müssen wegfahren. Wir brauchen wieder einen Tunnel. Ja, fahr, 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 fahr. Wo ist denn hier ein Lück? Oh, folgt den Zugleisen einfach. Ah, okay. In die Richtung oder dann die andere? Nee, in die, in die ist schon richtig. Okay. Weil geradeaus ist da... Ja, wohl, das reicht nicht. Ja, doch, das reicht. Nee, rechts ist ja direkt die Polizei. Nee, wir fahren jetzt einfach gleich. Ich hab den Zugleisen entlang. Ja, genau. Wir müssen ja eh zurück in die City. Oh, okay. Bring den Wagen zurück zu Spielhallen. Nein, fein. Oh Gott. Oh, komm. Der ist nämlich reingefahren. Nee, hab die Sterne? Ich hab keine Sterne. Ich hab auch keine. Nee, ich hab jetzt auch keine. Ja, weil, glaube ich, RTX Card bei uns rein ist. Achso, du meinst ja, die weggehackt. Ich glaub schon. Hier, ich muss sagen, das... Also, die Hacker sind echt nervig. Also, liebe Hacker, nehmen uns das nicht krumm. Wir gehen jetzt aber gleich raus aus der Lobby. Weil... Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Nee, es ist... Nee, nee, nicht. Ich... Ich find's halt blöd, wenn sie das ungefragt machen. Wenn man sie fragt, hey, können wir uns die Sterne wegmachen? Dankeschön. Aber jetzt fand ich das so ein bisschen... Und sind wir denn da, Mann? Ja, gleich. Wer wirft die ganze Zeit Feuer auf, ne? Der Hacker. Achso. Alter, das ist weit weg. Wie viel? Vier Kilometer, das geht schon. Ich bin ja ein guter Fahrer. Aber mit dem Wagen... Ich... Ey, das ist wie ein Feuerwehrauto. Ich hab die Köpfe endlich auch abgehängt. Hör dir das doch an, Alter, wie ich hier... Wie ich hier rumcruise. Oh, hier ist eine Polizeisperre. Liegt der Dampf auf die Straße. Ah ja, danke, Maudado. Sehr, sehr nett von Ihnen. Vielen Dank. Danke. Das ist Weihrauch, weil bei Weihnachten ist. Ah, das dachte ich nicht schon. Aber das tötet Menschen. Hä? Ach, das tut hier so weh in meiner Lunge. Nee, das ist die Birke, die ich hier gepflanzt hab. Was ist die hier? Das sind die Birkenpollen, die wir in deinen Körper gepflanzt haben. Lecker. Was würde passieren, wenn du Birke essen würdest? Gar nichts. Gar nichts? Das ist ja nur gegen die Pollen adr geschwitzt. Ja, nur die Pollen. Okay, und was ist, wenn du Pollen essen würdest? Kann man die essen? Das will ich nicht herausfinden. Okay. Vielleicht ist es dann schon so eine Hypersensibilisierung. Was machen die denn hier? Kann ich eine Birke in dir pflanzen, Manu? Ja. Stimmt. Können wir praktisch dein Körper in eine Birke verpflanzen? Das würde gehen. Ich weiß nicht, wann das war, aber in irgendeiner Serie hat jemand Wassermelode gegessen und dann ist aus dem Baum gewachsen. Was? Ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber da hatte ich dann irgendwie drei Tage Angst, irgendwelche Samen zu essen. Bis heute. Bis heute. Alter, wie ich hier durch die Rolle gewollt bin. Deswegen pfefferte alles. Ja, ja, damit ich die, damit nichts wachsen kann. Alter, du, die, äh, bist du irgendwie, hast du trainiert? Bam, Alter, perfekt. Okay, das war nicht so schuld. Ja, der war selber schuld. Hi, ich bin der größte Fan. Der größte. Warte, ich würde gerne Autogramme haben. Ja, warte, jetzt, schreib ich dir. Ja, schreib mir, schreib mir jetzt. Schreib mir doch. Schreib mir. Ja, ich dreh dich. Nein, 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 ich klippe an dir dran. Hilfe. Hallo. Aua, Aua. Aua, Aua. Ach, Laudi, ihr seid schon ein paar kleine Affen. Ja, ihr seid zu ganz, ja, ihr kleines Reichen Elfti. Oh, diese kleine Reichen Elfti. Ja, du musst in der hinten fangen. Ja, du musst in der hinten fangen. Oh, hallo, ich hab dich gesehen gerade in Internet. Da mach ich mal weg hier. Ach, du hast nur Manu runtergespielt. Der hat dich auch genervt. So. Ey. Zack hier. Schau mal, ich kann so gut fliegen. Da bin ich. Boah. Boah. Alter, Maudel. Oh, das Polizei-Outfit habt ihr jetzt auch noch. Wir kaufen uns heute eine Maske, das ist toll. Unsere Lehrer sind genauso doof, genauso doof wie wir. Unsere Lehrer sind genauso doof wie wir. Entschuldigung, Entschuldigung. Upsi. Aua. Das tat mir weh. Entschuldigung. Hä? Oh, ich hab ne Waffe in der Hand. Ne, nehmen Sie das bitte nicht so krumm. Guten Tag. So. Ähm, geometrisches Set. Oh, ne. Das, ne. Ne, will ich ja nicht. Ne, jetzt hab, was hab ich denn jetzt? Jetzt hab ich irgendein Set gekauft. Ich hab die aber nicht gesehen. Hast du, hast du schon die Mission angenommen? Wir warten hier in der Garage gerade. Ne, ne. Ich konnte das einfach direkt schon hier machen. Das war keine großartige Mission. Wir bohren hier gerade. Wie, ihr bohrt. Wir warten hier auf dich, dass die Mission mit den Masken anfängt. Ne, ne, die muss man gar nicht. Die muss man nicht starten. Warte. Das ist eigentlich echt geil. Der redet da und wir stehen hier alle. Und, äh, der Zombie fängt nochmal mal an zu bohren. Nein, ich will dich schon wieder bohren. Nein. Warum? Okay, ja, scheint bohrt er wirklich nur. Boah, was macht Zombie? Warte, jetzt soll's. Ihr könnt. Ey, gibt es, gab es die schon immer? Ja, die Dresurtür gab es doch schon immer. Ne, ne. Die Masken. Ne, die gibt es erst da. Ach so. Nein, die sind hier. 104 neue Masken. Ja, dann kommt her. Ah da, Diamond Casino-Überfall. Boah. Alter. Ey, wo seid ihr Leute? Das ist doch groß. Muss los. Äh, da, da in Vespucci Beach. Ach, der normale Maskenladen einfach? Ja, ja, der ganz normale Maskenladen. Sag Bescheid, wenn ihr eine Manual-Maske seht. Sind alles Manual-Masken? Ach, mal los. Na, da, guck mal, Jungs. Ja, genau so eine wollte ich haben. Ja, von denen gibt's vier Stück. Wir holen uns alle so eine. Und ein Schweinchen. Ja, Eiter. Geometrisches Schwein. Ja, ich glaube, ich hab auch diese geometrischen Masken aus Versehen ausgewählt für unseren Raubüberfall. War nicht mit Absicht. Ich wollte mir angucken und dachte nicht, dass ich sie direkt auswähle. Oh, das ist ganz unten. Wo sind denn die Anabte? Die unterste Maske ist von Manu. Oh, das bist eindeutig du, Manu. Die brauchst du. Hallo, Manu. Alter. Hi. Die unterste ist echt, Manu. Ja, das sind doch wunderschöne Masken. Also. Gib mir Küsschen. Ja. Ich find alles so lustig. Ja. Okay, Leute. Das war's mit der heutigen Folge von GTA 5 Online. Kurze Info. Die nächste Folge gibt es schon übermorgen. Denn da geht's dann weiter mit den neuen Casino-Hais. Leute, lasst ein Like da. Schaut bei den anderen vorbei. Habt noch einen Traumhaft. Tag, haut rein. Tschau, tschau.